6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 18? Oh damn, Peggy 18, Bruder! Oh, die Musik! Marineka! Wie geil es das anhört? Nintendo Switch. Nein, hallo. Oh, Smash! 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 Banjo, 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 Banjo! Banjo! Max, Ende wieder. Oh mein Gott, Banjo! Das ist ein Weil, das will wie Banjo sein! Nein! Warte, warte, was? Fire Emblem? Das ist Fire Emblem, nein! Nein! Nein, wo ist Banjo? Nein, wo ist Banjo, hä? Es ist Bülow, es ist Bülow, warte. Nein, nein, es ist Dragon Quest. Oh mein Gott, wie geil! Ich, ich liebe Dragon Quest, muss weg, bin noch keine 18. Das ist Dragon Quest, das ist Dragon Quest! Oh mein Gott, ich liebe Dragon Quest. leaving Dragon Quest. Oh man! Der Meyer Monsieur, Felix! Was, der, sponsor�� aprendst weight from the other end? Ich liebe ihn, I'm enjoy it. Der, 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 der. Der, 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 da, der. pero, der, die, der, 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 der def. Was? Da war ein Slime! Der Streamless! Okay, es gibt ja. Oh damn, das war Dragon Crist. Es geht weiter. Banjo. 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 Banjo, Dante. Es gibt noch drei Charaktere, die kommen können. Oh mein Gott. Alter, what the fuck? Wie sieht das denn aus? Oh, cool! Man kann die anderen Helden spielen. Die anderen, aus den anderen Teilen. Als, als, oh, oh. Ey, wie geil! Warum heißt er denn Hero? Eigentlich heißt er, das ist der, das ist Erdrick. Oh, wie geil! Oh! Das sind alles die gleichen Charaktere. Oh, wie geil! Alter, ich hab einen neuen, ich hab einer meiner neuen Males gefunden. Ich auch, war einfach... Klau, tut mir leid, denn du musst... Oh! Die haben das MB-System reingepackt! Hallöchen, hi! Willkommen zum Stream! Oh mein Gott, auch. Oh mein Gott, wie geil! Ich feier das! Wann ist er erhältlich? Gib her, Bibi! Heilige Scheiße, sind deine Haare lang geworden. Ja, man. Ich werde den einfach umählen, weil er anschwerten und zu ist. Ich liebe ihn! Junge, wie geil! Den hab ich jetzt überhaupt nicht erwartet, aber warum nicht? Oh, das sieht geil aus. Das sieht aus wie, das ist die Mario... Das ist die Luigi's Mansion 2 Grafik. Oh, lol. Alter, noch eine riesengroße Mansion, Alter. Das ist kein Hotel, also wirklich das Luigi's Hotel. Ja, es ist wirklich wie der zweite Teil, also es sieht aus wie der zweite Teil. Oh, das wird... Hahaha, wie geil! Doria! Es ist... Ja, spiel direkt nach dem zweiten Teil. Es ist alles viel vom zweiten Teil. Luigi. Luigi, ist auch wieder da! Ja. Höh, Alter. Als ob. Nein. Muss man jetzt multiplayer-spinnen, damit man alles bekommt? Wie soll ich es verstehen? Das ist ein Hotel. Luigi's Hotel. Hotel Luigi, Hotel Mario, Hotel Luigi. Netflix? Netflix? Oh mein Gott, ja, Netflix. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann eigentlich alle mit auf meine Switch schauen. Das ist jetzt ein Spiel von Netflix? Wait, das sieht so aus, als wäre es jetzt ein Spiel von Netflix. Das erinnert mich irgendwie an Fire Emblem, das Spiel. Oder von Mario gegen Rabbids. Ja, mein eigener Rabbid. Ja. Oh, der Kampf sah geil aus. Oh, das Ei! Link's Awakening. Und, kommt das Logo um das Logo rechts? Nicht? Oh. Kein gameplay davon. Oder? Hey, der Company is always welcome. Hey, der Company is always welcome. Wint, wat? Wint, wat? Die Musik. Ich mach jetzt nicht ernsthaft. Link, äh, Legend of Zelda Maker. Warte, was? Als Orb. Ich liebe es. Okay, ich hole mir das Spiel. Zelda Maker. Zelda Maker. Okay, das ist es wert, die 60 Euro. Ja, das ist es wert. Könnte man zum Beispiel Resident Evil, einen besonderen entfassenden Ort spielen? Resident Evil für Switch. Ja, es gibt es schon längst. Was sagt jetzt denn? Nein, das ist jetzt. Resident Evil. Resident Evil. Das ist Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil 0 und... Netflix. Hä? Warum ist das live action? Oh Junge. Was ist das? Ich seh nicht. Es ist immer noch Schwarzbild bei mir. Nook Inc. präsentiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Animal Crossing. Wie geil das aussieht. Es ist eigentlich richtig geil, die Idee. Ich hab zwar was anderes erwartet, aber... Ich mag die Idee. W-W-W-Bäume?! Was ist mit davon passiert? Warum kann man Bäume mitnehmen? 2019... Oh nein, die werden das... Oh nein, die werden das... Oh... 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 Jetzt. Jerusalem. Nein! Nein! Oh mein Gott. Wie geil. Alles. Das hole ich mir. Da hat es einen Smash. Hä? Den Trainer kennen wir schon. Das ist ein falsches Trainer. Leute, dieеди... Neuer Gegner. Dixie! 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 Dixie, guck! Das ist Dixie! Ich liebe diesen Trailer, der ist so hart geil! Banjo! 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 Weißt du warum Banjo? Ja, ich weiß nicht, warum... Wie geil das aussieht! Warte! Banjo! Banjo! Oh! Ja! Banjo! Ich wusste es! Ich wusste es! Wie geil! Wie geil! Ich liebe diesen Trailer, wie geil! Mein Lieblings-Trailer von allen! Banjo! Banjo, das neue Design, das neue Design! Oh mein Gott, wie geil sieht denn geil aus! Oh mein Gott, wie geil! Oh mein Gott, wie geil! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! 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 Ich hab's euch gesagt, Leute, ich hab euch gesagt, Benjo-Kopf, ich hab's euch allen gesagt! Spiral Mountains! Das ist Spiral Mountains, die Hexe Grundhilde! Oh mein Gott! Jinjo, oh mein, ich wusste es mit seinem Feindesmärchen, ich wusste es, der Jinjo-Attack, Alter. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab's dir gesagt, ich hab's gesagt! Ich weine gleich, ich bin kurz vor dem weinen, Alter. Alter, du musst das nicht selbst kommen, ey. Oh mein Gott, mein Main, mein neuer Main, haha! Nein, Herbst! Egal, hoffentlich zu meinem Geburtstag, Alter. Oh mein Gott, Benjo, ich hab's mir gesagt! Ja, haha! But wait, there's more! Psch, 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 das noch! There's more, guys! Thank you for a show, Danthe? 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 Banjo! Hey, was Banjo? Ja, Banjo-Teile für Switch. Banjo 3? Banjo 3? Nein, das ist kein Banjo. Das ist Zelda! Breath of the Wild! Das ist... Das ist ein... Das ist Breath of the Wild 2?! Nicht spoilern! Nicht spoilern! Ich hab dir jetzt noch nicht durch... Nein, nicht spoilern! Junge, das ist Breath of the Wild 2! Das sieht so geil aus! Oh mein Gott, ist das creepy! Oh mein Gott, ist das creepy! Als ob sie das Spiel noch mal macht... Wie? Sie sagen wir, das steht einfach nur an DLC, das ist ein neues Spiel, bitte! Wow! Vielleicht ist es auch ein DLC, kann sein. Aber das wäre... Das wäre zu krass für ein DLC, findest du nicht? Nachfolger! 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 Ist jetzt in Entwicklung! Ist jetzt in Entwicklung! Wir sehen uns 2021 wieder! Nein, nein, 2023! Nintendo hat gewonnen! In der haben die gewonnen! Banjo, Junge! Banjo! Hast du Banjos Design gesehen? Der hatte riesenglupsche Augen, Junge! Allein nur wegen Banjo haben die gewonnen! Allein nur wegen Banjo haben die gewonnen! Allein nur wegen Banjo haben die gewonnen! Alleine nur weil der in Smash ist! Nicht mal die Spiele haben die gezeigt! Die werden 100 pro kommen! Natürlich! Ich hätte wirklich erwartet wie Dante! Oh mein Gott! Dante! Die sind die Spieleporten! Devon McFry 5 wurde 2019 released! Leute, wie fand ihr die Direct? Die hat mich umgehauen! Banjo! Banjo!